Herzlich willkommen zu einem weiteren Video Strom im Haus Wandlertechnik. Hier geht es jetzt um die Bestückungspakete und die schauen wir uns jetzt an. Für die Übersicht, was für Bestückungspakete wir hier haben, um die Standardwandlerfelder mit den Trennklemmen, den Spannungspfadsicherungen auszurüsten und was da alles enthalten ist und wie das genau funktioniert, gehen wir jetzt im Detail für die einzelnen Bestückungspakete durch. Beginnen wir mit dem Bestückungspaket für die Mitnetz nach THB Mitteldeutschland. Hier ist natürlich die Prüfklemme enthalten, die 14-Polig genauso ausgeführt ist, wie es in der THB Mitteldeutschland beschrieben ist. Diese ist vormontiert und vorangeschlossen, so dass nur die Tragschiene ins Feld eingebaut werden muss und nicht erst die Klemme einzeln draufgesetzt werden muss. Dazu gehört natürlich die Spannungspfadsicherung, die dreipolige, um den Spannungspfad zum Zähler hin abzusichern und eine einpolige Neo-Z-Sicherung, um die Spannungsversorgung für das Steuergerätefeld, den APZ-Raum, auch mit sauber abzusichern. Die Schraubkappen sind natürlich mit enthalten. Wir haben eine Klarsichthaube, unter die die Sicherung montiert wird, dass wir auch bei geschlossenen und plombiertem Deckel die Sicherung sehen können. Es sind Sammelschienenklemmen enthalten, um N- und PE-Anschluss sauber vornehmen zu können. Und es ist auch Leitungsbefestigungsmaterial enthalten, um die hier angeschlossenen Adern sauber in den Feldern verlegen zu können. Was hier auf dem Bild nicht zu sehen ist, ist die Plantasche mit Schaltplan und Montageanleitung. Die ist ebenfalls im Bestückungspaket bereits enthalten und wie der Schaltplan und die Montageanleitung aussieht, das schauen wir uns jetzt an. Hier sehen wir nur den umfangreichen Schaltplan, den wir mitliefern. Natürlich hat der Schaltplan ein Deckblatt, ein Inhaltsverzeichnis, dann eine grobe Aufbauzeichnung und wir haben hier auch das Bild der Prüfklemme, falls es für eine Genehmigung erforderlich ist, kann man diese dann auch so ganz einfach dem Energieversorger zur Verfügung stellen. Und wie es der Name schon sagt, der Schaltplan an sich, der zeigt, welche Drähte von wo nach wo angeschlossen sind oder angeschlossen werden müssen. Zum Schluss ist noch eine Bauteilliste mit enthalten, damit man auch die einzelnen Produkte, die hier verbaut sind, identifizieren kann. Mit jedem Bestückungspaket wird auch eine Montageanleitung mitgeliefert. Die Montageanleitung ist sehr umfangreich und beinhaltet alle Informationen zu den einzelnen Feldern und den einzelnen Bestückungspaketen. Hier in diesem Bestückungspaket werden zwei Seiten gezeigt, in denen dargestellt wird, welche Felder und wie diese positioniert werden können oder gedreht werden können. Und es wird natürlich auch gezeigt, was ist zu tun, wie ist die Plombier oder die Haube für die Spannungspfadsicherung zu montieren, wo sind die Leitungen zu verlegen. Und speziell die Leitungsverlegung möchte ich hier nochmal größer darstellen. Hier ist genau gezeigt, wo die Leitungen entlang gelegt werden sollen. Dafür ist auch das Leitungsbefestigungsmaterial enthalten und die Leitungen sind darauf ausgelegt. Die sind lang genug und können genau an diesen Stellen verlegt werden und passen mit Reserve an die einzelnen Plätze. Kommen wir zum nächsten Bestückungspaket und zwar der Prüfklemme für die Netze BW. Hier, wie man auch auf dem Bild sieht, mit Spannungspfadsicherung und der Klemme gemäß der THB Netze BW montiert auf einer Tragschiene mit angeschlossenen Leitungen. Es werden auch hier Sammelschienenklemmen zum Anschluss an N und PE mitgeliefert, sowie Leitungsbefestigungsmaterial. Und auch hier ist natürlich die Plantasche mit Schaltplan und Montageanleitung enthalten. Da Schaltplan und Montageanleitung hier sehr ähnlich aussehen, möchte ich nur auf die Verdrahtung eingehen. Denn wie wir hier sehen, ist es vielleicht nicht ganz einfach nachvollziehbar, wo die Leitungen entlang gelegt werden müssten. Darum haben wir auch hier in der Montageanleitung beschrieben, an welchen Stellen die Leitungen verlegt werden sollen, damit sie zum einen lang genug sind und auch sauber befestigt werden können. Das dritte Bestückungspaket, das wir im Angebot haben, ist das für die Rheinische Netzgesellschaft. Auch hier sind die Prüfklemmen vormontiert auf der Tragschiene und auch vorverdrahtet. Ebenfalls mit auf der Tragschiene ist natürlich die Spannungspfadsicherung und auch hier werden die Sammelschienenklemmen sowie das Leitungsbefestigungsmaterial und Schaltplan und Montageanleitung in Plantasche direkt mitgeliefert, dass diese dann auch einfach im Schrank befestigt werden können. Bei diesen Klemmen ist das Ganze so aufgebaut, dass dort die Zähler-Tragplatte eingesteckt werden kann. Dementsprechend ist auch hier wichtig, dass man die Montageanleitung beachtet, auch die Leitungsverlegung beachtet, dass auch hier die Leitungen definitiv in der richtigen Länge an der richtigen Stelle ankommen und genutzt werden können. Das Bestückungspaket für den Netz- und Anlagenschutz besteht natürlich zum einen aus dem Mess- und Steuerrelais für den Netz- und Anlagenschutz, den Leitungsschutzschaltern für Spannungspfad und Steuersicherung und der Spannungsversorgung 230 Volt auf 24 Volt, um hier die Funktionen sicherzustellen, genauso wie das Zeitrelais, um auch die Wiedereinschaltfunktion sicherzustellen. Dabei liefern wir auch den Verdrahtungssatz für den NA-Schutz mit, so wie den Schaltplan. Der Schaltplan ist auf einer Seite sehr übersichtlich und zeigt, wie der ganze Netz- und Anlagenschutz verdrahtet werden muss, dass dieser 100% richtig funktioniert. Denn es ist wichtig, dass die Funktionen des Netz- und Anlagenschutzes gegeben sind, nach der Anwendungsregel 41.05 bzw. 41.10, um sicherzustellen, dass die PV-Anlage auch die Netzstützung mit übernimmt und auch bei Spannungsanstiegen ab einem gewissen Punkt weggeschaltet wird. Dieses Bestückungspaket wird in der Wandlertechnik aber nicht oft benötigt, da es bereits viele Felder gibt, wo dieser vormontiert und angeschlossen ist. Lediglich, wenn diese drei Felder aus dem Portfolio genutzt werden, muss das Bestückungspaket dazu gekauft werden und dementsprechend verdrahtet. Wie gesagt, bei den anderen Feldern mit Netz- und Anlagenschutz ist das Ganze bereits vorverdrahtet und installiert und es muss nur das Feld in den Schrank gebaut werden. Sie möchten noch mehr Informationen zur Wandlertechnik? Kein Problem. Einfach mal in die anderen Videos reinschauen oder unter abn-elektro.de mehr Informationen und die Kataloge finden. �� Untertitelung Vielen Dank.